Beziehungsweise, ein Sammler gibt Mehl, den noch einmal gefunden. Sehr schön. Du musst einfach nur kurz auf das Seil springen. Äh, auf das Blatt da. Schön klar. Balance! Ah, fucking! Scheiße! Kannst du mal weiter gehen? Komm, geh weiter! Geh weiter, geh weiter! Ja, 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 ja. Ach, scheiße wieder. Aha! Machst du das jetzt alleine? Weil da muss ich nicht... Komm, geh rein, geh rein, geh rein! Du brauchst mich noch nie anpacken. Warte, 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 hier kann man nämlich noch. Uah, ach, sa, scheiße. So eine Clipper-Partier. Uah! Willst du mich anpacken? So. Wo gehst du hinunter? Ich will da unten das Blauteil an. Achso. Willst du mich verarren? Hahaha! Hahaha! Teamwork Open End. Jaaaa! Ich hab's gedacht... Ach, komm, du brauchst mich hier gar nicht! Pfff! Hahaha! Sorry, das ist grad zu witzig. Immer ein bisschen nach rechts. Ja, warte, ich wollte den bisschen... Warte, ich mach jetzt hier mal so... gelbe mir ein bisschen. Und du Kunde! Ja... Warte, da oben hier. Sniper! Aaaaaaah! Na, schön in den Pfeilhagel reingesprungen. Nein, nicht explodieren. Doch, hier den Weg freimachen. Ja. Ähm, warte, ich gebe den Schutz. Kannst du bitte da oben erstmal den Kunden uns fompen? Ah ja. Ja genau, schön am Fuß getroffen. Der Typ fliegt wie immer. Warte, hier ist der noch mit, ich schieb mal runter. Ich glaube du kannst ihn nicht schieben. Ja, ich hab das gemacht. So. Ich habe etwas Respekt vor diesem... Ja, noch mehr. Damit es auch richtig weh tut. Ach scheiße. Ach, das ist doch alles eine. Warte mal, ich muss ja erstmal... Hast du jetzt Zeit? Kannst du jetzt mal aufhören mit deiner monotomen Debrichstimme? Ja. Ja! Nein. Nein. So, jetzt. Nein. Sprich, wie du eh gesprochen hast. Ähm, das ist jetzt nicht witzig, was hier kommt. Das kann man nicht töten übrigens. Warum? Ähm, ich zeig dir mal... Was ist denn das für ein scheiß Feuer, ey? Soll ich ihn töten? Zwei Schritte nach rechts und... Er ist tot. Ja, renn einfach, renn einfach, renn einfach. Einfach wegkommen. Einfach wegkommen. Ach, fucking... Ha! Ja, warum ist das jetzt tot? Keine Ahnung. Den kann man nicht töten. Ja, den kann man aber auch nicht töten. So, Hebel benutzen. Yeah. Nein. So, du alter Magik... Nee, du brauchst einfach nur als Magikust ja hier so. Das so. Komm, fahr rüber. Du kannst auch so mitfahren. Komm her, komm her. Du kannst auch so mitfahren. Das können wir nämlich, ja. Allerdings sollten wir eventuell... bevorzugen. Warte, warte, warte. Bleib stehen. Ich mach das. Ach, komm. So. Einfach weiter. Wohin? Nee, ich main jetzt hier, weil ich das Ding grad... Achso, nein, einfach so halten. Einfach so. Ist okay. Reicht zu. Die Säure ist weg. Ja, ja, ich weiß, man kann das auch so gehen. Finde ich genial. Ah, nee, das ist nicht so schlecht. Ich bin zu anstrengend. Du mit deinem... Ah, nein. Oh, hier. Oh. Oh, geil. Oh. Ich habe hier ein rollendes, schwerwiegendes Objekt. Fuck, fraps. Kannst du mal... Stell dich mal drunter. Ich will mal gucken, was passiert. Ha. Ah, warte. Und... Borschakka. Okay. Kannst du mal den Stein etwas zu hochrollen, damit ich hier... Hör mal. Ach komm, ich mach es selber. Kannst du mal herkommen? Ja. Okay, fast nicht. Hat sich erledigt. Okay. So, warte. So, ich würde mal hier so etwas Wasser... Ach, diese Pflanze, die ist scheiße. So, warte. Ich würde mal hier so etwas... Wasser rüber fließen lassen. Ach komm. Ha. So. Guck mal, Clovox... Ich weiß, das ist kein Clovox... Ich weiß, da ist keine Clovox. So, kommen wir da hoch noch irgendwie? Doch, Batterien. Kommst du mal her? Ich bring mal einen drauf. Warte. So. Ui. Hier ist... Du komm mal hier hoch, wechsel mal. Ich würde dir... Ja? Ähm... Warum könntet das Zeug hier eigentlich nicht mitnehmen? Unfair. Gibt's oben noch weiter? Nein. Natürlich nicht. Ist ja unfair. Ach, was ist zu? Ach so. Au. Ah. Da. Meine Typin bleibt standhaft mit dir. Cool. Ja. Krieg ich was nächstes? Als nächstes inskill oder so? Ach du hast schon mehr als genug. Ne. Der Magier hat am meisten. Ja du kannst jetzt... Entweder du kriegst einen explosiven Hammer oder... Explosiven Hammer. Oder ein Ansturm. Ja aber das braucht erst eine Stufe... Also erst drei Kattigkeitspunkte. Brauche ich dafür. Ach so. In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Doch haben Zoya und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Schade. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hat in der Tat kein gutes Ende genommen. Haha. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Licht. Ah, guck mal. Das wollte ich auch grad sagen. Doch, 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 doch. Na ne, ist nichts. Oben in den Bäumen sind ein paar große... Haare Früchte. Haarige Früchte. Die heißen... Haarige Früchte. Haarige Früchte. Oh, da sind das also ein paar große Haarige Nüsse. Nein, es sind Früchte. Sollen sie dann nicht Kokosfrüchte heißen? Ach du Scheiße, der ist das denn? Ähm, das kann man nicht töten, glaube ich. Ach, verstehe. Hey, du kickst mich nicht. Okay. No. Du zuerst. Okay. Ähm. Ja klar, das kleine Glisch weg. Und wie komm ich jetzt da? Ach so, warte, warte, warte. Ich hab jetzt voll die geniale Idee. Cool. Ja. Warte, ich guck erst mal hier. Los. Ob's brauchen wir nicht? Ich hab gezogen. Ja, so ein, so ein, so ein. Ja, so ein, so ein. Dann sonne mal ein. Ähm, ja. Ja. Zwei Punkte haben wir jetzt. Zwei Punkte haben wir jetzt. Hier unten ist ein Dynamitfass. Also noch einer. Schön. Ich würde mal so. Ich würde mal so. Das so hoch rollen. Ach. Kannst du damit irgendwas anfangen? Ja. Ich stell's erstmal sicher. Ich hab hier noch eins. Ich schwimmt so. Ach, Fraps. Ach. Du Schrecks. Was ist das Ding jetzt hier? So. Äh, jetzt hab ich. Ja, jetzt hab ich. Ja, jetzt hab ich. Ich hab ich jetzt mal loslassen. Ja. Ja. Und du springst dann auf das Dynamitfass da unten. Ja. Spreng auf das Dynamitfass. Ja. Ja lass so. So ist gut. Und dort kannst du jetzt noch die zweite Platte kannst du an die, an die ran lehnen. Nein. Jetzt. Warte. Geh mir mal. Warte, warte. Lass mal. Geh mal rüber. Ich glaub da passiert nix. Scheiße, ja. Da sieht man mal wieder die Dieben. Ähm. Lauf mal rüber. Äh. Du bist genial. So. Warte, 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 warte. Ach, wir... Nein, wir kommen auch nicht so... Nein, ich wollte gucken, ob wir auch so rüberkommen. Okay. Aber warte, ich will erst... Du... Bastard! Elender... Jetzt hör auf! Jetzt! Ach! Ja, ist ja gut. Kracherfrägen vorhin. So, toll. Yeah! Ja, so. Fick dich. Guck mal, so wie du das so gehst. Guck mal, guck mal, guck mal. Und dann noch so. Und dann noch so, so. Oh, fuck. Oh, fuck. Warte. Ja, warte. Na, geh weg. Ne, warte, warte, warte. Geh erst mal hoch. So, unterstell hier mal ne... Na, dann ist das durch... Das Ding, da hole ich da. Ah, verstehe. Uuuuuh. Guck mal, das Ding dazwischenstellt. So, warte. Sonst rollt das hier nehm ich weg. Fuck, du. Du. Jetzt hör auf. Mann. Nein, wir müssen das Teil da drauf stellen, du Honk. So, na gut. Entschuldigung, es war ja ein bisschen missgünstig, wenn vorhin verstehst du... Ey, komm. Ach, ne, schon wieder, ey. Okay. Okay, okay. Komm her. Okay. Okay, komm, hier, stellst du alles weg. Okay, komm, komm. Du bist so. Okay. Okay. Ich kümmere mich um den Dicken. Du bist scheiße. Ich mach jetzt hier das Klein... Das Kleingelump. Und tu nicht so. Großkotzi, du. Großkotzi. Großkotzi. Mach dir mal lustigen Spagat. So. Himmel. Du. 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 jetzt warten wir weh du machst ja ich hab das klasse warte ich will dort oben noch dieses Du kannst einfach rüberspringen, wenn das andere Teil da drunter kommt. Ist mir schon klar, nur jedes Mal geht die Luft bei mir weg, wenn ich... Hier! Kunde! Du stellst jetzt... Guck, ich treck dir. Stellst jetzt hier drauf. So. Ach so. Kunde! Du bist ein...